Ich bin hier mit Sabine aus Niedernhausen und du hast vor der Ausbildung wie lange Niya getanzt? Einen Monat oder vier Wochen. Und war es Liebe in der ersten Stunde? Liebe auf den ersten Blick. Auf den ersten Fuß. Und wie findest du diese Barfuß-Fitness-Tanz? Ganz toll. Es gibt nichts schöneres. Ich trage nie wieder ein Turnschuhe. Okay, also barfuß geht es besser. Und die Ausbildung, der Aufbau? Ich bin ja derjenige, der Fragen stellt, aber du kannst trotzdem was sagen. Der Aufbau ist super. Man kriegt so viele Informationen und man ist einfach mittendrin. Man wird von dir gut angeteacht und wir versuchen es umzusetzen. Und der Aufbau ist mega. Okay, we got the word. Mega. Also White Belt für jedermann und für alle mit Interesse an mir. Bewegung, würde ich sagen. Ja, richtig. Bewusste Bewegung. Ja. Ah ja, und du strahlst so viel Glück aus. Ich falle fast um. Ja, danke Ann. Ich falle auch um. Danke.